so leute willkommen zurück irgendwas habe ich gerade gehört haben wir gesellschaft könnte sein dass wir wieder gesellschaft haben das wollte ich eigentlich nicht ich wollte eigentlich ein bisschen ruhe haben aber soviel zu dem thema so was ist unser nächstes ziel wir wollen richtung bunke habe ich ja gesagt die stadt können wir nachher machen deswegen würde ich sagen schnell reise ich hier hin und dann gucken uns das gebiet hier noch an das glaube ich schon ja ich kann eh nicht alles untersuchen das geht nicht so das wird kein 100 prozent denken das ist schon mal klar weil ich glaube ich alles sammeln und so was machen wir viel ist es das zu verfolgen und dafür müssen wir noch hier ich habe den glaube ich gar nicht gelootet ne ne so bitte sagt mir dass du jetzt ein bisschen klettern kannst also bitte nächstes update irgendwas dass der man klettern kann da gibt eine fähigkeit dass man das erlernen kann billen kann dass da ist hier wirklich eine mühsame aufgabe das ist ja nicht mal einfachen berg hoch kommt aber gut so von hier oben können wir dann überblicken was uns hier erwartet das war doch das mit dem flugplatz und mit dem ganzen kram so was gibt es denn hier für städte in der nähe den ort habe ich auch noch nicht sehe ich gerade oder ok moment könnte planendungen wir werden uns das gebiet angucken dann mache ich eine schnellreise und das ist das gebiet an den dann hier hin oder mal eine schnellreise machen die hier und dann das dann hier dann eine schnellreise später noch hier uns das gebiet an weißen ob ich den ort gehabt den habe ich nicht da würde hier angezeichnet werden ok gut dann planänderung wenn ich schon die am punkt habe dann will ich den hat auch schon im moment dann machen wir die verfolgung erst mal hier beenden sonst hier hoch getappt ja 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 na ne Okay. 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 Da gibt es nichts. Da muss ich jetzt nicht romantieren. Da werde ich ja nicht die ultimative Ausrüstung oder sonst was finden. So. Aber jetzt werden wir uns diese Gebiete mal genauer angucken. So. Dazu geht es noch hier. Hier gibt es. Ja. Okay. Ich denke was Waffen angeht sind wir richtig gut ausgestattet. Ja. Klar das noch nicht. Gut. Aber die Waffen wo wir eigentlich dabei haben. Das ist die wo wir in. Sind schon so gut wie alle Vierer. Selbst sie jetzt hier weil ich es richtig gut finde. Ja. 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 Für mich auch schon. Ja. Ja. Also. Ja. 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 hier waren wir noch nicht waffen 2 aber sonst gibt es hier auch nicht wir können ja mal ein bisschen looten was waren das für entscheidend paar ok dann klaus Jo, wow, was ferns, jo. Okay. War ein Lichtscheider, okay. Ja, gut. War hier Gesellschaft in der Nähe? Ja, gut. Wollte ich jetzt hier eigentlich nicht. Ja, gut. 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 Ja. Ja, gut. 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 Moment, hat der noch gelebt oder war der das? Ah, ich will mal Speer einschalten. Ja toll, jetzt musst du nachladen, war ja klar. Die ist auch gut für den Nahkampf, weil die zieht ganz gut, die haut gut rein. Alter, es ist doch jetzt nicht wahr. Es ist doch jetzt nicht wahr, ich habe gerade die Scheiße hier beendet. Okay, jetzt habe ich die Kaffe richtig am Dumpen. Was sind da noch welche, oder? Ja, da denkst du hast es jetzt. Alter, ich höre den, ich sehe ihn noch nicht, das ist mein Problem. Wo ist der? Ja. Sauber daneben geschossen. Kann ich dich von hier aus sehen? Na, das warst du auch nicht. Sag mal, wo ist denn der? Moment, das war der gar nicht. So, Ruhe. So, Ruhe. Sätefähr rein. So, Ruhe. So, Ruhe. So, Ruhe. So, Ruhe. So, Ruhe. So, Ruhe. Oh, oh, oh. Komm schon. Bin das nur noch klein? Ich weiß es halt nicht genau. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht mehr. 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 Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht mehr. oder war ich hier schon weil ich kriege gar nichts angezeigt doch jetzt jetzt manchmal dauert es aber richtig lang unter dp und was gibt hier nichts okay hat es auch keine priorität das heißt wir gehen weiter richtung unseres gibt es ja wir können trotzdem reingucken da hätten sie unser unter schluft ich bin mal dass da hinten was dann leuchtet ja okay das war klar so eine kirche sogar hätte das gedacht irgendwelche bösen jungs hier mal einer so was erst mal hier unten um machen wir gleich eine waffenkiste ja okay gut dann würde ich sagen wenn wir hier auch was zerlegen oder so sammelgegenstand dann ach die habe ich noch gar nicht abgelegt machen wir das jetzt das hier 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 hier stück dabei haben wir ganz klar ist erst mal noch nicht relevant für mich das hier was ich alles jetzt nicht verschläge auch weg und auch weg okay karte ja nächsten das hier haben wir den flug das gebiet hier habe ich noch nicht das wäre mal interessant dass noch gucken also nächstes ding hierhin dann hier runter gucken dann vielleicht hier rüber da oben könnte man noch oben ist der bunker hier haben wir eigentlich alles soweit ja und kann immer wieder das ist vielleicht einmal was nicht hast aber gut ist halt einfach so dann würde ich sagen dass wir dann hier machen dann könnten wir und entweder eine schnellreise darüber aber wir könnten auch hier die gebiete mitnehmen dann ja wenn es auf dem weg ist und dann die überlegung über wo richtung bunker zu gehen das wäre so die überlegung interessant ist dass hier kein schnellratepunkt in der nähe ist bis auf den hier vielleicht noch den hier zwischendrin mitnehmen wo es richtig im bunker geht ja die überlegung also das ist eine riesen stadt ist das wahnsinn ist so die einzige riesen stadt wo ich jetzt hier doch da oben noch die ist noch ganz groß das gebiet ist noch sehr interessant wir haben eine inselgruppe ja ja noch einiges das hier ist einfach noch was das wäre ich mal beobachten bei die vielleicht hierher locken zur kirche da könnte man das tun man kann das natürlich auch in häusern tun aber das ist so es wird so viel es ist einfach besuchen verschwendung hier am bauernhof geht es auch meistens wenn der bauernhof ganz interessant groß ist ja aber die zwei da wären schon sehr interessant okay leute wir sehen uns beim nächsten mal wieder das war jetzt mal so eine reine erkundungspartner bis dann